Yay, weitere Runde, endlich mal K-Drive rennen. So, dann machen wir aber gleich mal hier Solo. Damit mir niemand auf den Sack geht. Ach so, ich könnte auch irgendwann mal den Idioten da fangen und glatt machen. So... ... 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 Ah ja, ich weiß, ist mir jetzt das Spiel abgeschmiert. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ah ne, hat nur gehangen, weil ich x-tausend Fenster nebenher auf hab. Äh, ach so, ne. Äh, ne, Telegram nicht. More frame, geht weiter. Tja. So ist das, wenn man 10.000 Fenster auf hat. Hier. Ah ja, da haben wir einen kleinen K-Drive-Rennen. поряд,lica. Oh, ne, Klocki! Ich sag, geht, sein. Du hast es verstanden. Der Zeit deist. Seine Zeit hat, wist du den ersten Markter. Ready? Ah ja, das ist das, was ich gefragt habe, mein Freund, wenn es nicht hier ist, wenn es 100% ist. Boiing Die Prüfer sankt Und jetzt hier winst die K-Track Ah ja, die werden auf der Karte angezeigt Das nächste ist vor mir dahin E Jupp, das ist hackt Da laufen wir aber, eventuell kriegen wir da ein kleiner Abel was tot gehauen Ja, genau Zipte Schütze Tote Passt So Nicht wenn sie hier durch die Berge gließt Oh oh Am Schiff Ups Hier ist schnell Oh das ist f*** weniger Jo Naja Ach, da haben wir uns nicht mit Joden Schiff Ich werde das nicht mit Joden schrecklich werden Sie sind Schnellstecken Sie sind Sie sind Eine Einde Die Das ist gut. Jetzt haben wir das. Ah, forfick this thing. Oh no, I'm going to die. Oh no. Brauchen wir noch eins? Oh, nehmen wir das am Übergangsbahnhof. Aber zuvor, dann machen wir mal die Dönne. Das zu laufen wollen wir jetzt, weil ich irgendwie wieder Gasschaden auszuteile. Was eigentlich so nicht geplant worden. Oh, nee, ho! Ah, ich hörs aus. Das ist wie ein Kitt. Oh. Ah ja. Ach. Ich geh an. Ja, knack. Scheiße. 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 So, damit haben wir den Wind, schlimmlich eine Rennung abgeschlossen. Wir kommen nur zurück nach Fortuna. Wir kommen gleich mal die Berge neu. Ich bin Tony Hawk. Ah scheiße, schon irre vergeig. So, wir wollen zwei Eingang? Äh, auch nicht. Jaaa, drei Rennen. Schafft. Wir haben mal bei den Wind Kits vorbeigegangen. Ja, wir brauchen Dosh, wir brauchen eine Plank. Ja, wir brauchen eine Plank. Oh! Musik 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 was mit So, jetzt modifizieren wir mal schnell die K-Drive und dann schauen wir mal was anderes zu haben. Oh, das ist ein Schwerpunkt. Ähm, K-Drive. Ach, scheiße. Ich habe mal einen Stotter. Kann ich älter nix machen. Ich habe mal einen Schwerpunkt. Oh, das ist ein Schwerpunkt. Oh, hm. Ich sollte mir vielleicht mal kurz anschauen. Dort nochmal nach Fortuna gehen und kurz anschauen was es da gibt. Welche Teile ich zusammensit. Welche Teile ich benötige. Damit ich nicht mehr mit dem Standard-Board rumgasen muss. Das wäre jetzt doch tatsächlich hilfreich. Ich würde mich nicht mehr mitkriegen. Damit ich die Vent-Kits... Außerdem gibt es das Mastery-Problem. Scheiß Brett. Fliegt zwar lieber, aber... Ähm... Oh, boah. Ah, ja, das ist so... Ach ja, das ist doch Erg. Den habe ich gesehen. Ähm... Da haben wir einen Triebwerk. Jet, will ich gar nicht. Ich habe also alles versprochen, um mein erstes eigenes K-Drive zu bauen, durch dieses dumme Stott Ding. Oh, schon mal gekauft. Dann machen wir das doch gleich mal. K-Drive, K-Drive, K-Drive. Ah ja, Werkbärmer. Brauchen noch ein bisschen was an Materialien. Brauchen noch ein bisschen was davon. Brauchen wir noch ein bisschen was an Materialien. Irgendwas Legierung, genau. Dafür brauchen wir noch was. Ja jetzt, dann hätten wir das, das brauchen wir noch die Triebberge. Das muss ich jetzt mal hier finden. Das ist doch eine hier. So, damit haben wir Triebberge, den Rest gerne zwei. Okay. Operator, you have foundry items ready. Claim them now. At your earliest convenience. Waren wir drei Teile jetzt fehlt eigentlich nur, ne? Oder Kern. Operator, my foundry has completed a new item. Does this please the Operator? I don't know. Operator, are you enjoying the view? No. Hattest du das? Hattest du die Trafozyt Legierung nicht gerade gebaut? Ups. Boah, hattest du davon gar keine. Ist halt blöd. Naja, gut. Bauen wir halt noch ne Trafozyt Legierung. Ist ja nicht das Problem. Geht ja relativ schnell. Äh. Posthach. Always a pleasure. Elite Sanctuary. Ein Strom. Oh, das könnt ich unten auch klein machen. Lets check what's next. Dürfen wir alles haben. Ich hoffe dann erstmal an Warframe-Videos reichen, machen wir dann erstmal, weil ich weiß, was wir hochladen können. Okay, ja, ja, alles. Nehmen wir einmal mit. So, genau, jetzt kommen wir an den Sparen. Jetzt dürfen wir das Zeug zusammenkriegen. So, was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich werde jetzt das Video erstmal pausieren und beim nächsten Mal geht's mit dem LED ansturmen. Wow. Äh, na.